Als Geschäftsführer der WOW WIRT Online World, ein Unternehmen der WIRT Gruppe, ist es mir heute ein besonderes Anliegen, Sie über das Thema Security Gateway zu informieren. Moderne Fahrzeuge werden heute von Seiten der Hersteller mit immer mehr Komfort- und Sicherheitssystemen ausgestattet. Ob im Bereich Entertainment oder Sicherheit. Viele dieser Innovationen und Weiterentwicklungen machen das Autofahren für uns alle angenehmer und sicherer. Ein kleiner Nachteil dieser Komfortsysteme ist die Anfälligkeit gegenüber Angriffen von außerhalb. Ähnlich wie bei modernen Computern oder Smartphones. Die Fahrzeughersteller müssen daher Sicherheitssysteme entwickeln, um solche Angriffe von außerhalb zu unterbinden. Das bedeutet aber auch, dass der Zugriff für neue Fahrzeuggenerationen im Speziellen für freie Werkstätten nicht mehr ohne weiteres wie gewohnt über die Onboard Diagnose, auch OBD genannt, erfolgen kann. Das prominenteste Beispiel ist aktuell der Fahrzeughersteller Fiat Chrysler, welcher seit einiger Zeit seine neuesten Modelle, wie zum Beispiel den neuen Fiat 500X mit einem sogenannten Security Gateway, einer Art Firewall für Fahrzeuge, versehen hat. Fiat Chrysler verwehrt somit alle nicht authentifizierten Personen den Zugriff auf ihre Fahrzeuge. Betroffen sind Fahrzeuge, welche nach dem September 2017 produziert wurden. Damit unsere Kunden auch weiterhin mit unseren Produkten eine anstandslose Diagnose durchführen können, stehen wir in engem Austausch mit Fiat Chrysler, aber auch mit weiteren Herstellern, um gemeinschaftlich eine einfache und zukunftssichere Lösung anbieten zu können, welche wir Anfang 2020 in den Markt bringen werden. Entsprechende Entwicklungsvereinbarungen zwischen den Herstellern und uns sind bereits getroffen, um die entsprechenden Sicherheitszertifikate über unsere Software global erwerben zu können. Auch wenn wir aktuell noch nicht auf der Webseite von Fiat Chrysler als Entwicklungspartner gelistet sind oder Ihnen heute noch keine finale Lösung anbieten, müssen Sie, liebe Kunden, nicht verunsichert sein. Alle bisherigen Lösungen, die im Markt angeboten werden, entsprechen entweder nicht unserem Qualitätsdenken oder sind schlichtweg von Fiat Chrysler nicht freigegeben. Wie bereits erwähnt, entwickeln wir mit den Herstellern an einer einfachen und nachhaltigen Lösung für Sie. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Ihr Frank Bartsch